Kann ich hier weiter bei dir wohnen? Was passiert? Meine Frau, glaube ich, hat ein Verhältnis mit Görges Sekretärin. Du hast ein Verhältnis mit Görges Sekretärin? Jetzt fangen die dich auch noch an. Na, Frau Riebinger. Ihr habt das schon bekannt gemacht, oder? Man tut, was man kann. Schönen Abend noch. Man tut, was man kann. Auf Blu-ray, DVD und Video on Demand.